Herzlich willkommen liebe Fußballfreunde auf SimaTV mit einer Information wieder zum heutigen Abend. Heute ist Montag, Beat the Pro, ihr seht es über mir, powered by Zets Football im Jackpot, 450 Euro. Das ist eine ordentliche Stange Geld und heute Abend bekommt es Jannik Reiners mit Nikolas Wolf zu tun. Es ist ein sehr interessanter Spieler, er ist vor allen Dingen Profibasketballer, da werden wir heute Abend nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall letzte Woche Montag 123 Zuschauer gehabt bei der neunten Folge Beat the Pro und wir wollen natürlich heute Abend versuchen, das Ding zu knacken. Natürlich, klar. Also, wenn ihr Bock habt und wissen wollt, ob der Jackpot weiter wächst oder ob der Jackpot heute Abend fällt, was wir natürlich vorher nicht wissen, dann schaltet ab 21.20 Uhr Facebook Zets Football ein und nur dort könnt ihr dieses Spiel verfolgen. Dieses eine Spiel, was schlussendlich für den Nikolas einiges an Münzen einspielen könnte, würde, wie auch immer. Wir freuen uns auf euren Support und hoffen natürlich, dass ihr heute Abend dann dabei seid. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit sportlichen Grüßen und sage bis bald.